Wenn wir 10% über unserem Konzept gewinnen, eigene Einnahmen, wir werden einen dringenden Bedarf haben, uns von diesem Geld zu trennen. Leute, die im Lotto gewinnen, sind immer nach zwei oder drei Jahren pleite, sie verbrennen das Geld. Denn dieses Geld liegt über Ihrem eigenen Konzept. Wenn Sie 10% oder weniger von Ihrem eigenen Konzeptlevel verdienen, werden Sie kämpfen, weniger arbeiten. Härter, länger, denken Sie kreativer, suchen Sie nach verschiedenen Wegen, um Ihr Einkommen oder Ihr zweites Einkommen zu steigern, der einzige Weg, irgendeinen Teil Ihres Lebens zu verbessern, einschließlich Ihres Einkommens, ist und erhöhen Sie das Niveau Ihres eigenen Einkommenskonzepts, beginnen Sie sich so zu sehen, als ob Sie mehr Geld verdienen würden. Wenn Sie abnehmen wollen, ist die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, daran zu denken, dass Sie sind schlank. Stellen Sie sich selbst als eine dünnere Person vor. Wenn Sie eine beliebtere, liebevollere, glücklichere oder gesündere Person werden wollen, fangen Sie an, immer wieder an diese Dinge zu denken, bis Sie Teil Ihrer neuen Welt werden. Eigenes Konzept.